Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Die Weltraumschiffen Wir haben einen neuen Planeten entdeckt. Mr. Focke und ich werden uns runterbeamen, um den Planeten zu erkunden. Ich glaube, wir bewegen uns im Kreis. Stimmt. Hier waren wir schon mal. Was ist das? Focke, scanne es. Es scheint aus Gummi zu bestehen. Digga, was geht? Hey, was für ein geiles F. Wie hast du denn das gemacht? Halt, ich werde mit ihm reden. Zwei Stunden später. Ich war leider nicht in der Lage, mit der fremden Lebensform zu kommunizieren. Ja, mein Freund ist ungebrannt. Dafür werde ich euch töten. Scouti, beam uns hoch. Focke, faserbreit. Alle Schilder auf Maximum. Fulu, Systeme auf Impulskraft. Wir wurden getroffen. Schilder auf 15 Prozent. Fulhu, bringen Sie uns hier raus. Alles klar. Vor fünf. Energie. Das sind keine Fände. Ja. Action. 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 Ich hab Action gehört. Action. Wir haben ein Frotto gebracht. Dafür werden sie ja töten. Du brauchst die Trophäe. Kassilo. Kassilo. Schamack. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk